Ja, kannst du dir auch schon mal selber angucken. Ist gar nicht gefährlich. So. Achtung, kann losgehen. Äh, 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 nicht mitnehmen. Komm. Einmal. Ja, fein, Füße schon drauf. Hey, Pixi. Super. Okay. Ist auf den Wurm? Ja, hast du gleich den ganzen bekommen. Nein, nicht an die offene Schüssel. So, komm mal einmal rum noch, bitte. Hier, komm rum. Komm mit, komm. Weiter, weiter, weiter. Du willst gleich so? Okay. Warte mal, dann muss Fräuchchen mal gleich besser festhalten. So. Nee, nee, nicht essen das Ding. Füße raufstellen. Komm. Hallo. So. Komm. Na komm, weiter. Du musst es erst mal ein bisschen hacken, ja. Na, dann hack mal erst mal. Musst du dich damit anfreunden. Oh, hacki, hacki, hacki. So. Füße rauf. Ja, prima. Super. Toll gemacht. Pixi, ich glaube, wenn das so wird, wie ich mir das vorstelle, dann hast du da bestimmt viel Spaß damit. Kommst du mal rum? Einmal rum. Komm. Ding, 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 ding. Hehehe, mach ich schneller. So, komm nochmal. Und hier die Füße rauf. Hey, toll. Gut. Pass mal auf, jetzt bewegt sich's schon mal. Oh, hier möchtet ihr eine Schaukel bauen. Ja, komm mal nochmal rum. Nee, jetzt ist heute von der Seite besser. Okay, wie du möchtest. So, und hier hoch. Pixi hoch. Hier, Füße rauf. Zack. Bummi dreht. Nochmal. Füße rauf. Hier, Füße rauf. Sehr schön. Und mal kurz draufbleiben. Guck mal, schaukel, 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 schaukel. Tolles Pixchen. Gut gemacht. Okay, kommen wir jetzt gleich mal ein bisschen höher. Füße rauf. Komm, Füße rauf. Ja, jawohl. Zweiten auch noch. Komm, Füße rauf. Prima. Prima, Pixi. Und schaukel. Prima. Klasse, mein Schatz. Gut, dann baut Frauchen jetzt ein Gestell für die Schaukel. Okay? Dann prob wir das hier. Alles Dir en Geset pet? doub wüt hurt. Und jetzt springst du tutzern. am Grund dafür wüt. Rauf. Untertitelung des ZDF, 2020